Ich bin 47 Jahre alt, Wirtschaftsstudent und seit über zehn Jahren Projektmanager bei Verbund. Das heißt, ich habe in meinem Leben schon vor vielen Jahren einen Projektmanagement-Lehrgang gemacht, aber das theoretische Wissen geht weg. Mein Name ist Eberkora Krasnik, bin 47 Jahre alt, Wirtschaftsstudent und seit über zehn Jahren Projektmanager bei Verbund. Die Motivation, den Lehrgang zu besuchen, war, das Rollenbild eines holistischen Projektmanagers zu vervollständigen. Das heißt, ich habe in meinem Leben schon vor vielen Jahren einen Projektmanagement-Lehrgang gemacht, aber das theoretische Wissen geht weg. Man agiert als Projektmanagement nicht mehr in der Struktur, die dir das Projektmanagement per se mitgibt. Und deshalb ist es wichtig, dieses Wissen auch regelmäßig aufzufrischen, weil das das Fundament ist für das praktische Anwenden. Strukturiert zu sein, viele oder die großen Unternehmen tätigen sehr viele Investitionen und eine Investition zu verwirklichen bedeutet, Projekte zu machen. Das heißt, die Kompetenz des Projektmanagers ist sehr gefragt, mehr denn je. Ich bin nach wie vor noch Projektmanager, kann meinen Job wesentlich strukturierter machen, weil ich die ganzen Methoden aus dem Lehrgang mitgenommen und in Anwendung gebracht habe und nach wie vor noch bringe. Meine Empfehlung ist, sich nicht davor zu scheuen, eine Lehre beim BFI zu machen. Das war bei mir auch so. Ich habe mir viele Anbieter angesehen, Preis-Leistungs-Vergleiche gemacht und die Trainerqualität beim BFI war äußerst hoch oder ist äußerst hoch. Der Erfolg der Nutzung im operativen Leben ist zu 100 Prozent gegeben. Also ich war sehr begeistert und ich kann das jedem empfehlen, der sich als Projektmanager weiterentwickeln möchte. BFI Wien. Bildung. Freude inklusive.